Mach jetzt beim Datenschutz-Video-Wettbewerb mit und vielleicht gehörst du schon bald zu den glücklichen Gewinnern. Hallo, ich bin Adam und gehöre zu den drei Gewinnerinnen und Gewinnern vom letztenjährigen Datenschutz-Video-Wettbewerb. Dieses Jahr geht der Wettbewerb in die zweite Runde und an dieser Stelle bist du gefragt. Das sind die Themen. Thema Nummer 1 Identity Hack Wenn meine Identität geklaut wird Thema Nummer 2 Datenklau Was kann mit meinen Daten angestellt werden? Wähle eins von diesen zwei Themen aus und mach ein Video dazu. Wie das genau aussieht und wie das Video gemacht ist, das ist allein deiner Kreativität überlassen. Hallo, ich komme gleich noch rechts. Ich komme gleich noch. Wichtig ist es einfach, dass du dein Video bis am 30. August auf YouTube hochladest und den Link an die unten eingeblendete E-Mail-Adresse schickst. Ja. Die besten Videos werden am 14. September auf dem YouTube-Kanal vom Datenschützer vom Kanton Zürich bekannt geben. Ausserdem werden die besten Videos honoriert. Ja, by the way, alle Teilnahmebedingungen und weitere Infos findest du jederzeit auf datenschutz.ch Wir freuen uns auf dieses Video.